Der Ball geht an die Hand abgefifft. Ganz klar, das musste der Schiri geben. Also, anhand der Gesänge kann man wohl davon ausgehen, dass die Fans heute sehr zufrieden sind mit ihrer Mannschaft. Kein Zweifel, der Sieg ist fest eingeplant. Die Mannschaft zeigt sich sehr engagiert und die Anhänger wissen das zu würdigen. Er versucht's. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Über weite Strecken waren sie das bessere Team und jetzt spiegelt sich das auch im Ergebnis wieder. Ja, das Tor ist absolut verdient. Sie haben das Spiel hier wirklich im Griff. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Das war's gut. Also, die Faktoren sind schytesge